Den Gürtel halbieren, von vorne über den Rücken kreuzen, wieder nach vorne ziehen, ein Ende über das andere, das untere Ende hinter beiden Gürtelteilen durchziehen, dann wieder das untere Ende von unten über das obere Ende durchziehen und festziehen. Den Gürtel halbieren, vom Bauch her über den Rücken kreuzen, nach vorne ziehen, ein Ende über das andere, die untere Hälfte hinter beiden Gürtelteilen durchschieben, festmachen, das untere Teil kommt jetzt wieder über das obere Teil nach unten und festziehen. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020